Hallo und herzlich willkommen zum Basic Video 3. In diesem Video stelle ich dir drei Prismen genauer vor. Hier unser erstes Prisma. Wir schauen uns nun die Eigenschaften dieses Prismas anhand von ein paar Fragen an. Welche Grund- und Deckfläche hat dieses Prisma? Dieses Prisma hat als Grund- und Deckfläche ein Dreieck. Wie wird dieses Prisma dann genannt? Dieses Prisma wird dreiseitiges Prisma genannt. Wie viele Seitenflächen hat dieses Prisma? Dieses Prisma hat drei Seitenflächen. Handelt es sich um ein gerades oder um ein ungerades Prisma? Es handelt sich um ein gerades Prisma. Die Eigenschaften des nächsten Prismas darfst du dir nun selbst überlegen. Stoppe nun das Video und wenn du alle Antworten notiert hast, gibt es eine Auflösung dazu. Nun zur Auflösung. Welche Grund- und Deckfläche hat dieses Prisma? Dieses Prisma hat ein Sechseck als Grund- und Deckfläche. Wie wird dieses Prisma daher genannt? Dieses Prisma wird sechseitiges Prisma genannt. Wie viele Seitenflächen hat dieses Prisma? Dieses Prisma hat sechs Seitenflächen. Handelt es sich um ein gerades oder ungerades Prisma? Es handelt sich um ein gerades Prisma. Ein Beispiel gibt es noch in diesem Video für dich. Stoppe nun wieder das Video und wenn du alle Antworten notiert hast, gibt es eine Auflösung dazu. Nun zur Auflösung. Welche Grund- und Deckfläche hat dieses Prisma? Dieses Prisma hat ein Fünfeck als Grund- und Deckfläche. Wie wird dieses Prisma daher genannt? Dieses Prisma wird fünfseitiges Prisma genannt. Wie viele Seitenflächen hat dieses Prisma? Dieses Prisma hat fünf Seitenflächen. Handelt es sich um ein gerades oder ungerades Prisma? Es handelt sich um ein ungerades Prisma. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.